Hallo Leute, herzlich willkommen zur nächsten Runde TTT. Ich bin jetzt mit Murby und Spike da und Medi, der in der letzten Folge da ist, der ist ja Ende der letzten Folge aufgegangen. Ja, und wir spielen jetzt noch eine Runde. Wir sehen, ob es das nicht so lang wird, wie die letzte Folge. Die ist etwas lang gewesen. Ich sage mir nur eins, schau mir in die Augen. Wollen wir es fortsetzen? Also, da ich eine Shotgun in der Hand habe, ja. Können wir machen. Ach nee, lass mal dieses Mal bleiben. Slogan, ich bin Millionlauncher, vor mir stehst und du sagst. Schau mir in die Augen. Ja, vielleicht schon, dann stirbst du, aber auch du, ne? Ich war's. Nein, gerade eben habe ich kurz vor der Runde überlebt. Mit 20 HP. So, ähm. Der Typ ist auf K. Ich habe mein Zuhause gefunden, eine Mülltonne. Yeah. Okay, hoch hier. Darf ich dich auf deinen köstlichen, abgelaufenen Orangen-Shake einladen? Hm, ich lehne dankend ab. Warum denn? Wer weiß, was das für ein wirklicher Shake ist. Also, wer weiß, was das wirklich ist. Es sieht aus wie eine Orange, warte, ich kann's dir mitbringen. Ja, es sieht aus. Was es ist, weiß keiner. Ja, könnten auch solche Tabletten sein. Na siehste. Äh, fuck, ich weiß gar nicht mehr wohl. Bin ich ja auf der Map zur Hölle. Ich könnte dich auch auf einen Reifendonut einladen. Willst du? Ja, aber Reifendonut. Nein, lass mal. Machst einen Reifendonut hier. Nee, äh, Sebastian. Ich kann für die Shotgun! Der Typ weiß nicht, wie ich heiße. Das weißt du, oder? Ich könnte die Shotgun nicht rauszücken. So, was brauche ich denn? Touch of God, touch of God als AFK, nur um sie zu hinten vor. Ernsthaft? Ja. Ich kaufe mir mal Blue Bull. Nee, warte, er bewegt sich, er bewegt sich, er ist wieder da. So, ich hab Blue Bull, da bin ich schneller. Er kann höher springen. Yay. Hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Wusstest du, dass Reboll in Österreich ein Sidesburg abgefüllt wird? Nö. Fuschel am See ist der Hauptstadt von Reboll. Okay. Also es ist Halsburg. Naja, aber... Das, was ich hab, ist ja grad hier kein Red Bull. Es ist Blue Bull. Was es hier auf dem Server gibt. Ja, sieht aber aus wie Red Bull. Ja, es sieht aus, aber es ist Blue Bull. Es heißt anders. Ja, es ist das blaue Red Bull, oder? Doch, der Typ ist AFK. Ja, der hat sich grad bewegt. Du leuchtest im Dunkeln. Ich weiß. Versteckt kannst du nicht. Ich hab's für den Skin. Heidens Sieg kannst du nicht. Gut, spiel. Ach, brauch ich nicht. Letzte Folge hatte ich da vor, ey, da. Jetzt hab ich einen anderen Skin. Wer ist der eigentlich? Akita Nehru. Appen... Ja, ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab keinem, dass ich schon mal war, dass es ist. Hat mir halt einigermaßen gefallen. Ja. So, äh... So, jetzt hab ich was ganz harmloses. Jetzt hab ich einen Kaffee, falls du willst. Hier, Sebastian, Kaffee. Warte, eine Sekunde, warte, eine Sekunde, warte, eine Sekunde. Kaffee. Ja, trink. Ja, ab dem Klappstuhl. Komm, wir bekriegen uns mit dem Klappstuhl. Da steht noch einer. Jetzt müssen wir solche Laserschwerte-Sounds einfügen. Ich hab meinen Klappstuhl verloren. Ich nehme jetzt den Mülldeimer. Äh, wo ist der Klappstuhl hin? Ich nehme jetzt den Mülldeimer. Äh, kennst du, ähm, Schuh des Manitou? Ja. Wir müssen den Klappstuhl ausgraben. Die Scho-Schon haben den Klappstuhl ausgegraben. Warte, warte, warte. Die Scho-Schon haben den Klappstuhl ausgegraben. Wir mussten zu hoch halten. Ah, du, 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 du. Scheiße, fuck. Warte, Gott, wir mussten hier rausgehen. Der kratzt hier an der Decke. Die Scho-Schon haben den... Ach, mach du. Die Scho-Schon haben den Klappstuhl ausgegraben. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d . Mach du mal. Mach du mal. Die Scho-Schon haben den Klappstuhl ausgegraben. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d d-d-d-d-d-d-d-d Ich glaub, eigentlich denkt sie nur so, ja okay, was machen die da? Das ist wahrscheinlich, komm, wir brauchen... Ey, jetzt kann man es als Rollstuhl benutzen. Mist. Rollstuhl. Komm, nimm den Klappstuhl, wir bekriegen uns weiter. Ich hab meinen Klappstuhl verloren. Meiner ist auch weg. Hier hinten liegt einer. Noch mal ein Pistolenkrieg. Diegel? Ja. Ich hab den Schuss verfehlt. Ich hab den Handy gegeben. Oh, und es geht mein Karma aber ganz schön runter. Nö. Ey, ich hab deinen Klappstuhl gefunden. Begrabe mich mit meinem Klappstuhl. Okay. Na gut, ich weiß nicht, ob es deiner ist oder meiner. Begrabe mich einfach mit meinem Klappstuhl, okay. Ich weiß ja nicht, ob es deiner ist. Scheiße, ob es ein Klappstuhl. Leute, da hat ich ihn gestellt. Was ist denn du für ein Magier? Hab dich mit Klappstuhl begraben. Mit beiden. Hast meinen auch mitgekriegt. So, okay, er hat nachgeladen. So, wo sind die jetzt? Die anderen beiden. Teig, brauchst du noch ein bisschen Klopapier? Ich bin verwirrt. Ich kenn die Werte nicht. Kein Problem, die Werte kenn ich auch nicht. Wer hat die eigentlich gepickt? Äh, ich hab die ausgesucht. Also. Einfach nur, weil wir ein paar mehr Maps gebraucht haben. Ja, okay. LOL. There's a touch of gold. Die Ziegelsteine, was? Ja. Die kommen auch. Was? What the fuck? Die feiern, die feiern. Die ziegelsteine. So, jetzt sind die Ziegelsteine plötzlich wieder normal. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Wahrscheinlich. Verzeig. Verzeig nur so zur Info. Touch of gold, da packten zwei Zügen herum. Mist. Der packt unter dem Zug, glaube ich. Nein, der geht da runter. Ja, wenn er die ganze Zeit dagegen geschlagen hat. Wir verraten nix. Ja, wenn er die ganze Zeit dagegen geschlagen hat, ist herausgeschaut, ob er backen würde. Sorry. Dann hätte ich ihn rausgeholt. Ja, okay. Wenn er seine backen würde. Das war kein Problem. Ja, wenn er sich auch nicht bewegt. Was ist meine? Hm. Aber ich glaube, wenn er backt, das sieht man. Man kann hier aber hochspringen. Der weiß, glaube ich, nicht, wie es geht. Wie man hier hochspringen kann. Ey, was du, dass ein Freund von mir geschafft hat? Was? Er wurde auf einem Dark-RP-Server permanent gebannt. Weil du kennst du so, da gibt es ja einen Job-Hund, oder? Kennst du den? Was? Bei Dark-RP gibt es ja einen Job namens Hund. Nicht auf einen Server, nur auf bestimmten Server. Ja, und dann darf man ja keine Waffe haben. Und ich hatte einen Sniper. Und Hitman hatte einen Hit auf mich. Ich schieße den Hitman an. Also Hitman ins mein Haus reingegangen. Ich schieße den an. Dann bin ich beim Edmund gelandet. Und der hat mir so, ja, warum lügst du? Also, ich habe mir Edmund angelogen. Ich habe so gesagt, ja, ich dachte, man darf jetzt unten eine Waffe haben. Und ich wurde schon 20 Mal oder so wegen einer Waffe verwarnt, ne? Oh, das kann auch nur ich. Ja, natürlich, das kriegst nur du hin. Ach, schade, wir sind nicht nebeneinander gespawnt. Oh. Ja, sonst kann ich dir nicht in die Augen schauen. Oder ich dir. Ich setze mich jetzt auf meine Mülltonne. Also entweder nennen, ich glaube, ich nenne die Folge der Klappstuhlkrieg und die baggenden Steine. Oder irgend sowas. Nein, die GG'en haben den Klappstuhl ausgegraben. Ja, kann ich auch machen. Es gibt keine Muni mehr. Läuft bei dir. Hey, ich bin an dem Ort, wo wir uns mit unseren Klappstühlen verprügelt haben. Nice, ich komme hoch. Sag mir, wenn du da bist. Mache ich. Wenn ich da bin. Alter, Dike, wieso verfolgst du mich zur Hölle? Darf ich nicht in meine Ruhe aufs Weiberklo gehen? Wenn ich in meine Ruhe scheiße will, dann lachst mich nicht. Geh raus. Geh raus. Mein lieber Klappstuhl, ich nenne dich, Sim. Da wird gerade jemand abgeschossen. Es gab Taiko oder Sebastian sind tot. Sim, Sim geht nicht ab. Scheiße. Sim hat mich. Er hat mich gekillt. Es gibt zwei Traitor. Nein, er ist wiederbelebt. Er hat mir in die Beine geschossen, der Typ. Matt, ich bin zurück. Matt, Matt. Ah, ah, Sipenja. Ah, Sipenja. What the fuck? Ah, Sipenja. Was ist denn das falsch mit dir? Mein lieber Klappstuhl. Die Tige Steine sind immer noch da, die backen. Mein lieber Klappstuhl. Die sind da, aber auch nicht da. Sebastian, hör mal zu. Mein lieber Klappstuhl. Ich nenne dich Simbad. Ah, Sipenja. Oh, nein. Bitte nicht. Mein lieber Klappstuhl. Oh. Ey, das muss zensiert werden, ne? Haha. Ich bin gerade nicht bei euch, also sehe ich. Oh, ja. Also muss ich nichts zensieren. Did you like, did you like? Klappstuhl, Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, Stuhl, Stuhl. Stuhl, 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 Stuhl. I'm so erect right now. Hi. Wo ist der? Alter, die, 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 die im Raum. Alter. Wie zur Helle. Keine full life. One shot. Alter. Not bei dir, Junge. Ähm. Trefft ihr euch nicht? Ernsthaft? Du, ich schießt dein Lächer an. Ach so. Daik vergewaltigt uns erst mal. Das ist Daik sein Hobby. Ich wollte schon sagen. Jetzt sieht es wirklich aus wie eine Vergewaltigung. Oh, hi. Ich glaube, das ist aber auch eine. Hi, Daik. Hi. Willst du ein bisschen schwimmen mit mir? Ja, geh auf die Boote. Mach mir Titanic. Warte, komm. Warte, ich bin da gleich da. Warte, ich komme auch dazu. Komm, wir machen die Titanic. Und da muss einfach nur eine Jahid-Bombe zinsen. Ach nee, da sind ja nicht alle da. Das hat er nicht gewonnen. Mit der Karama stehen hinter mir. Warte, ne Sekunde, ich bin gleich da. Ich sehe einen Hai. Schubst mich bitte nicht rein. Oh nee. Wartet. Da ist der weiße Hai. Oh nee, der weiße Hai. Ich habe extra meine Waffe weggepackt. She won't go. Wir gehen jetzt auf Hai-Jagd. Okay. Ich sehe schon einen. Oh Gott. Ich fahre uns. Scheiße, der Motor geht nicht an. Guck mal, einer nach dem Motor. Wir brauchen Jack Norris. Ah. Wie in der guten Heimat, oder? Guck mal, ob der Motor angegeht. Nein, der Motor geht immer noch nicht. Ich habe hier einen Benzinkanister. Okay. Wir gehen damit nicht draußen. Schade. Ich vermute mal, ich habe den Motor gerade noch mehr zu Schrott gemacht, als ich probiert habe zu reparieren. So, du, geht schon, geht schon. Wir können ja auch spielen. Ah, ich bin ja gar nicht weiter hinter. Ich weiß, was fehlt. Die Schiffsraube fehlt. Also diese Antriebsschraube hinten dran fehlt. Ich bin ein weißer Hai. Dum 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 dum. Ah. Dum 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 dum. Blablabablabla. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Biss, biss, biss. Alter, jetzt müssen... Der müsste einfach nur einen Melon-Lounger hier reinschießen. Der Tuherter. Alter. Ich habe dich gebissen. Ich habe dich gebissen. Ich schieße zurück. Man beißt keine Haie. Doch, ich mach's. Zum Glück habe ich nur eine Knober. Was ist das für eine Waffe? Ah, die. Die Waffe. Heute kann ich mal die Skins aussuchen. Nein, es ist neu. Äh, eins ab. Da wird der Vogt geschossen. Ah, er sniped. Klasse. Hilfe. Was für eine Puss hier. Ich habe keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich weiß nur, wo er stellt. Immer wenn man Skin auswählen will, Stopp, Mann. Ist typisch. Ja. Okay. Und habt ihr den jemand getroffen? Nein. Ich bin zu scheiße. Er ist weg. Er ist weg. Ich sag mal nix. Entweder, vielleicht er sich teleportiert, ich weiß noch nicht. Oder ich bin zu dumm, ihn zu sehen. Kleiner Tipp, bleib da. Wäre ich, oder? Beide. Beide. Okay, ich verstehe. Und passt. Auf. Hat er das? Ja. Nein. Oh. Ihr wollt grad drücken. A dead man went on wanna shoot. But, nope. Man, why, why, why? Man, nice. I had to, I was forced. We played Satanic. We played Satanic. And you killed us. Shame on you. Und mit dieser Meisterleistung verabschiede ich mich dann auch erstmal für diese Folge. Ciao. Bis zum nächsten. Ich hab mich gefeiert.